Musik Einen wunderschönen guten Morgen, verehrte Zuhörer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Radiosendung Bereitet den Weg vor. Mein Name ist Julia Bruchwitz und wir werden heute über das Thema Ermunterung zur Geduld sprechen. Man könnte auch sagen, Ermunterung zum Ausharren, Ermunterung standhaft zu stehen. Denn wir leben in der Endzeit und wenn wir als Christen heilig leben wollen, dann ist es wichtig, dass wir standhaft stehen, ausharren, das Fleisch überwinden und die Versuchungen und die täglichen Herausforderungen überwinden und gut meistern. Durch die Hilfe und der Kraft von dem Heiligen Geist. Denn zu jeder Zeit sollen wir heilig leben, keine Kompromisse mit der Welt eingehen, keine Kompromisse mit der Sünde eingehen. So ist es also wichtig, dass wir heilig, rechtschaffend und standhaft in unserem christlichen Leben vor dem Herrn jeden Tag wandeln. Dazu möchte ich gerne aus dem Brief des Jakobus lesen, Kapitel 5, Vers 7 bis Vers 20. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zur Wiederkunft des Herrn. Seht, der Landwirt, wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie den Frühregen und den Spätregen empfangen hat. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder und Schwestern, nehmt die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, als Vorbild für Leiden und für Geduld. Seht, wir preisen glückselig, die geduldig durchgehalten haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und das Ende durch den Herrn habt ihr gesehen, denn der Herr ist voll herzlicher Liebe und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Seid, euer Ja soll ein Ja und euer Nein ein Nein sein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalmen singen. Wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht auf Erden. Und er betete wieder und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder und Schwester, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirren würde und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder vom Irrtum seines Weges bekehrt hat, der wird dessen Seele vom Tod erretten und wird eine Menge von Sünden bedecken. Halleluja. Liebe Leute, wir sehen, das Wort Gottes ist hier eindeutig und ruft uns auf, geduldig zu sein. Warten in Geduld, warten in Demut, warten in Nächstenliebe zu unseren Geschwistern und sicherzustellen, dass wir ernsthaft den Herrn anbeten, ernsthaft zu ihm kommen mit unserem Gebet. Denn das Gebet versetzt Berge und ändert unsere Lebenssituationen. Das Gebet bringt uns in die Gegenwart des Herrn. Wie viel mehr sollten wir also jetzt ein starkes Gebetsleben haben in diesen letzten Tagen, kurz vor dem Kommen des Messias? Ein Gebet besteht auch aus Buße und aus Danksagung. Liebe Zuhörer, ihr seid jetzt herzlichst eingeladen, mit mir dieses Gebet zu beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir heute den Atem des Lebens gegeben hast. Dass du mir eine weitere Chance gegeben hast, vor deiner Gegenwart zu kommen und meine Sünden zu bekennen und dich um Vergebung zu bitten. Dies möchte ich jetzt gerne nutzen und ich tue Buße für alle meine Sünden. Ich tue Buße für Diskussion, Streit und Rechthaberei. Ich tue Buße für jede Unmoral, sexuelle Sünde, Habgier, Neid, Eifersucht, Völlerei und ich bitte dich, verzeih mir und wasche mein Herz rein. Wasche es so rein mit deinem heiligen, kostbaren Blut. Heute empfange ich dich ganz neu als meinen ewigen Erlöser und Erretter, als meinen Gott. Bitte sende mir den Heiligen Geist und erfülle mich so sehr mit dem Heiligen Geist. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens und lass mich in die Ewigkeit zu dir eintreten. Bitte lass mich immer auf dem schmalen Weg wandeln und führe mich zu den Verlorenen, dass ich das Evangelium predigen kann und viele zur Gerechtigkeit und zu deiner heilsamen Botschaft leiten darf. Ich brauche deine Hilfe, Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Ja, liebe Leute, es ist so wichtig, dass wir geduldig auf die Wiederkunft unseres Herrn warten, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, in Frieden mit jedermann, so wie es in Hebräer 12, Vers 14 steht. In diesem Sinne möchte ich mich für heute von euch verabschieden und möchte euch auch gerne einladen zu der Webseite www.bereut-und-bereitet-den-weg.org. Der Herr segne und behüte euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!